So hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dekoration und in diesem Teil möchte ich euch zeigen wie man einen recht netten Tisch baut auf dem Stöcker liegen und noch eine kleine andere Sache die ich gleich zeige und so sieht der Tisch aus wir haben hier halt unseren Tisch und darauf liegen zwei Stöcke den baut man wie folgt man platziert erst zwei Schilder die werden am Ende die Stöcke symbolisieren die kann man anordnen wie man will dann umrundet man das ganze mit Holz Treppen oder anderen Treppen je nachdem was man haben will und man nimmt dann ein Carpet Farbe kann man sich auch hier selber aussuchen platziert einmal so herum und platziert dann den in der Mitte so an den Rand von den anderen und so haben wir hier unseren Tisch auf dem Stöcker drauf liegen die andere Sache die ich euch zeigen wollte ist dieses Schaf nein sondern dieser dieses Waschbecken beziehungsweise ja Waschbecken mit Wasserhahn und einem Handtuch und das ist sehr einfach man braucht dafür nur ein Kessel in dem man Wasser platziert darüber platziert man ein Tripwire Hook und ein Banner was dann jeweils die Handtuch das Handtuch sein wird in der Farbe seiner Wahl platziert man daneben das ganze war es auch von diesem Teil falls euch das Video gefallen hat würde ich mich über eine Bewertung freuen lasst wie immer konstruktive Kritik da und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen